Seid dabei und singt mit Disney Junior und Prinzessin Sophia. Hey, schnappt euch eure Badesachen und taucht mit Sophia zu den Meerjungfrauen hinab. Willkommen zur persönlichen Führung durch die Märchenweltbucht, präsentiert vom klügsten Siebpferdchen der 17 Weltmeere. Das bin ich. Unsere Führung beginnt hier in Onas hübschem Schiffsfang. Meinem Versteck. Wenn du es sagst. Sophia, willkommen in der Bucht. Suchst du hier im Meer ein Plätzchen, wild, romantisch und schön und hast fast jede Bucht und jeden Hafen gesehen, dann hast du es jetzt entdeckt hier und heut. Sieh mal her, tief ist das Meer, doch hoch bist du erfreut. Der Ort ist echt eine Bucht, das ist die Märchenweltbucht. Den Reiz unseres vorallen Ritz erkennst du sehr bald. Das Wasser ist so klar und nie zu warm, nie zu kalt. Erbildend zu sein ist hier gute Sitte. Und jeder Hai ist mit dabei und sagt Danke und Bitte. Der Ort ist echt eine Bucht, das ist die Märchenweltbucht. Unser See-Tan schmeckt vorzüglich. Hier lebt man recht vergnüglich. Die Krabben hört man krabbeln. Wenn sie klebsen oder krabbeln. Hier kann man in all den vielen Pflanzen gut verstecken spielen. Hier lebt jeder Sorgen frei. Und kein Haken ist dabei. Nun kommen wir zum Ende unserer Unterwassertour. Hier gibt es tausend Fenster, doch von Türen keine Spur. Ein Schloss aus Verweilen für Meer und Frauen. Bleib doch hier, ich zeig es dir. Möchtest du hineinschauen? Es liegt ein Zauber dahin. Wie schön, dass ich hier bin. Der Ort ist eine Wucht. Unsere Märchenweltbucht Die Wucht, die dir gefällt Die verspricht dort noch mehr Heilt Die einzigartige Märchenweltbucht Ein Traum und auch unsere Kies Dies ist unser Lichtparadies Märchenhafte Märchenweltbucht Wow, in dieser Bucht gibt es unsagbar viel Thunfisch. Viel Spaß mit Sophia die Erste auf Disney Junior.